Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Steve-Book Unboxing, diesmal von Flatliners. Ja, ist ja ein Remake von den, äh, ich glaube aus den 90ern gab es mal schon mal so einen Film. Kenne ich aber nicht. Aber, ja, bin gespannt auf diesen Film. Der Trailer sah eigentlich recht gut aus. Den Trailer habe ich gesehen, wo ich bei AS im Kino war. Und, ja, dachte mir, ist interessant. Und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt machen wir erstmal hier das Dingsbums ab. Ja, sehr gut, keine Rückstände, keine Rückstände. Gucken wir uns mal den Backflyer an. Wir haben hier den Inhalt und ein paar Bildchen. Dann hätten wir hier noch ein paar Extras, was auf der Blu-ray enthalten ist. Dann hat er ein Tonformat mit, äh, 5.1 DTS-HDMA und eine Laufzeit von 110 Minuten. So, schauen wir uns mal das Steve-Book an. Ja, ist matt gehalten auf jeden Fall. Flatliners ist leider nicht geprägt. Aber, was cool wäre jetzt natürlich, wäre ein Lantikular-Cover. Wenn hier so das Gesicht so wackeln würde. Das wäre natürlich cool, der Lantikular-Effekt. Leider ist es nicht so, aber ich finde das Front-Cover sieht schon cool aus. Sieht echt cool aus. Mit der Linie noch hier von den Herztönen. Sieht nicht schlecht aus. Schauen wir uns das Bein an. Dann hätten wir hier den Schriftzug Flatliners und das Label Sony Pictures. Wow. Und dann hinten auf dem Backcover haben wir auch wieder die Herzlinie, Herztöne. Und ein creepiges Bild. Sieht auf jeden Fall krass aus. Boah. Okay. Also sieht cool aus, das Bild. So schaut es im Ganzen aus. So, dann schauen wir uns die Blue-Way noch an. Das ist die Blue-Way von Flatliners. Und dann hätten wir auch wieder einen schönen Innendruck über das ganze Steve-Book-Format gedruckt. Und in Farbe mit Nina Dobrev, glaube ich, ist das. Von Vampire Diaries. Und eine Leiche. Ich glaube, das soll irre sein. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, so im Trailer gesehen zu haben, dass es irre sein soll, glaube ich. Ich kann aber auch falsch liegen. Aber, ja, ein mittelmäßiges Steve-Book ist jetzt nicht schlecht. Auch nicht großartig. Aber so das Frontcover und das Backcover sieht auf jeden Fall cool aus. Mal was anderes. Mal auch ein bisschen creepiger. Hinten das Backcover. Aber ich bin auch gespannt auf diesen Film. Mal, glaube ich, auch was etwas anderes. Ich kenne leider jetzt nicht den aus den 90ern, den Film. Aber bin gespannt auf diesen. Und, ja, dann soll es das jetzt gewesen sein von diesem Steve-Book. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.